hallo willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal hier aus einer anderen perspektive die kennen die wenigsten also die habe ich nicht oft benutzt die die perspektive mit meinen postern hier hier einmal terminator 1 ein richtiger kultfilm gefällt mir richtig gut hier terminator 2 poster blade runner alter so ein geiler film da muss ich unbedingt der poster an die wand knallen und hier god of war ein ps4 spiel ich hatte ja damals eine ps4 und da habe ich dieses spiel so gefeiert da habe ich dieses spiel so gefeiert god of war alle so geil auf jeden fall ich habe jetzt eine woche urlaub endlich habe ich urlaub und kann ich mir bisschen ausruhen weil letzten drei wochen waren ganz schön dann ein bisschen anstrengend auf arbeit da muss ich mehr machen weil mein anderer vorweiter mein anderer der war im urlaub jetzt muss ich seine arbeit mitmachen naja auf jeden fall eine woche urlaub da habe ich mir vorgenommen in der einen woche möchte ich meine halloween filme reviewen und sagen wie ich die finde und so also eine kritik also je also über diese woche wo ich urlaub habe meine ganzen halloween filme aber ich kann nicht so gut reviewen das kann ich nicht so gut muss ich sehen wie ich das am besten mache weil ich erzähle meistens immer ich finde gut ich finde ihn geil der gefällt mir und das war ich kann ein bisschen erzählen aus dem film wie ich ihn fand die story ein bisschen erzählen mal gucken wie ich das hinbekommen ob ich das mache weiß ich noch nicht weil jetzt ist er shocktober und ja aber heute kein horrorfilm weil ich war nämlich eben gerade im mediamarkt und habe mir godzilla gekauft die normale emory weil das steelbook gibt es nicht im markt das ist auch scheiße steelbook gibt es nicht im markt steelbook gibt es nur auf ebay und auf amazon amazon ist ausverkauft das 2d steelbook also wo godzilla oben und unten ist also oben glaube ich godzilla und unten king kong und dann gibt es noch das 4k steelbook das ist noch auf amazon aber für 45 euro oder irgendwie so und das ist es mir wert für ein steelbook über 40 euro auszugeben und auf ebay sind die preise für die steelbooks alter ich habe geguckt zum vorbestellen war es da für 26 euro scheiße habe ich nicht mitgenommen und habe ich nicht gekauft meine ich und dann habe ich mich weil ich habe gedacht das steelbook kommt auch im mediamarkt aber pustekuchen nichts kein steelbook im mediamarkt jetzt ist das steelbook auf ebay ich glaube 40 euro gibt es da welche und dann 50 euro und 60 euro also das ist mir nicht wert da habe ich mir erstmal hier die normale emory geholt bei dem film will ich unbedingt mal gucken der hat so gute kritiken bekommen und so gute bewertungen der soll so gut gewesen sein im kino merke jetzt erstmal auf bitte ein bandecover und hoffentlich ist die blu-ray gut bedruckt alles geht die scheiße ach so hier hoffentlich ist die blu-ray gut gut bedruckt hier so das will ich jetzt mal aufmachen ich glaube ich glaube warner typisch wieder kein bandecover oh man ist die folie beschissen drum hier seht ihr das wie fest die folie drum ist ich habe sie dann ab so jetzt habe ich sie ab also erstmal eine halbe minute gebraucht um die folie abzukriegen na klar war ja klar kein innen druck ein weißer innen druck kein innen druck aber die blu-ray ist gut bedruckt na mit dem fuß von godzilla und fuß von godzilla ab zwölf jahre ist der freigegeben ab zwölf jahre im king kong film naja aber enttäuschend kein innen druck warum macht warner keinen innen druck auf jeden fall werde ich mir den heute abend angucken oder nachher gleich vielleicht mache ich eine review also eine kritik video muss ich mir überlegen mal gucken auf jeden fall ist jetzt wieder schönes wetter ich war da draußen bin schön spazieren gegangen und jo ich wünsche euch einen schönen tag ich hoffe das video hat euch gefallen und wenn man den kanal nicht abonniert hat ganz gerne tun hier unter dem video den abo button drücken würde mich sehr freuen wenn ihr mich abonnieren könnte dann komme ich weiter höher ich würde gerne mal ein bisschen ich habe jetzt 414 abonnenten mal gucken wie weit es mich noch bringt ok dann bis zum nächsten mal ciao ciao ciao